Am Finaltag in München kocht Georg ziemlich gehoben. Oder ist er schon abgehoben? Wir sind bodenständige, handwerkliche Küche auf einem gigantischen Niveau. Na dann, bin ich gespannt. Die moderne Tellersprache des Gastgebers muss heute fehlerfrei rüberkommen. Hab ich ehrlich gesagt noch nie so in dieser Art und Weise gegessen. Für sein gigantisches Niveau erwartet Koch Georg gigantisch viele Punkte. Die Tendenz geht Richtung 7.